Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gameplay von Contract Wars mit der RPK. Das ist eine ziemlich gute Waffe, denn sie ist eigentlich gut auf Distanz, auch einigermaßen gut im Nahkampf. Sie hat ziemlich viel Schuss und eigentlich quasi genau das Richtige für mich. Ganz am Anfang habe ich leider ein bisschen gefehlt, aber so zu mitteln und zum Ende wird es besser. Also, ja, ich kenne das Gameplay jetzt leider nicht mehr komplett auswendig, da es schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gemacht habe. Allgemein wollte ich jedem Anfang vom Gameplay immer nur irgendwas zum Video sagen und das war es dann eigentlich, damit ich nicht das ganze Gameplay kommentieren muss. Und, ja, das war es eigentlich auch schon, deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Gameplay. Dankeu! Okay. 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 Okay.